Willst du mal den... den Sanitäter machen diesmal? Nein, ich nehme diesmal den... den Offizier. Den wollte ich gerade... Dann nimmst du doch den anderen Offizier. Aber ein Sanitäter wäre vielleicht auch nicht schlecht, oder? Jäger, hier. Jäger. Okay, das Selbstheilungspaket nehme ich auf jeden Fall. Ich habe die M42 Vindicator. Handschweißgerät. 14x6. Gefechtsfackeln, Tretmine und schwere Rüstung. Sturmwehren. Ich nehme einfach mal die schwere Rüstung. Vielleicht bringt die mir irgendwie... dass ich nicht so schnell sterbe. Oh ja, hier hinten ist noch jede Menge... Oh, Tatsache, da ist jede Menge noch gesperrt. Ich nehme mal die Doppelpistole. Dann habe ich... Ich habe jetzt mal so einen Vindicator genommen. Also der macht 1,5 Schuss pro Sekunde. Ja, die hatte ich eben standardmäßig. Erweitertes Sentry gar nicht. Dann nehme ich einfach so... Ja, die nehme ich einfach mal die erweiterte. Ja, okay, dann lasse ich dich die mal ausprobieren und ich nehme was anderes. Okay. Zum Beispiel, dann nehme ich als Zweitwaffe die Vindicator. Dann habe ich jetzt nur Pistolen, wenn ich das richtig sehe, aber mal gucken. Alles klar, hier sind wir dann wieder. Okay. Siehst du auf der Karte da diesen gelben Pfeil? Ja. Das ist unser Missionsziel. Zeichnen Sie... Was? Zeichnen Sie zum Planen auf die Karte? Hey, ich kann auf die... Goll. Kannst du das sehen auf deiner Karte? Ja. Okay, jetzt sieht man gar nichts mehr. Sehr gute Funktion. Kannst du die wegmachen? Ich glaube nicht. Oder? Doch, die gehen wieder weg. Achso. Uah. Aua. Bam. Yeah, jetzt bin ich wie im wilden West. Aua. Wir sollten nicht immer voreinander lang laufen. Oh, ich muss nachladen. Okay, du machst das hier. Ist hier oben was? Nee. Ich mache alles. Da oben ist auch wieder nichts. Immer diese sinnlosen Wege. Oh, hier kommen ein paar. Pass auf, ich male dir mal eben was hier. Kleine Markierung. Oh, aua. Scheiße. Ah, ich sterbe. Ihr müsst mich auf. Das ist jetzt das Ballern von mir. Ich höre das Ballern von dir, ja. Hey, meine Markierung ist wieder weg, verdammt. Ich wollte da ein gewisses Körperteil hinbauen. Warte, Einschuss habe ich noch. Bam. Shit, Einschuss reicht nicht. Oh mein Gott. Du solltest dich nicht auf die Karte konzentrieren. Ja, stimmt wohl. Hier sind immer diese Gassen, aber da ist einfach nichts, ne? Nee. Ich bewege mich jetzt nur noch rollend fort. Durch diese Tür. Eifer. Ich sehe die Hälfte schon gar nicht mehr, weil ich so weit vorne bin. Du musst mal hinterher kommen. Oh, Fässer. Ja, wo bist du denn? Ja, hier, sterb ihr Aliens. BAM. Vielleicht noch mal eine zweite Waffe ausprobieren. Nämlich auch mal den, wow, Windicator. Wow, wow. Ich hab was explodiert. Oh, hier kommen die überall raus. Wow. Wow, der Windicator haut richtig rein. Guck mal, jetzt haben wir hier so'n Dings, so'n Geschütz. Centrican aufbauen. E. Ah, warum sterben die nicht? Sterb, ihr Mistviecher. Wir müssen das vielleicht erstmal aufbauen und dann können wir es benutzen. Ah, sehr gut. Das könnte sein. Tief. Okay, aber nur... Ich muss mich mal eben... Wie heil ich mich? Eins. Okay. Okay. Ich glaube, das ist aber mein einziges Ding ins Verarztungspaket, das ich hatte. Verdammt. Die macht ja echt viel. Ja, die schießt nur noch vor. Oder beziehungsweise nur in eine Richtung. Aua. Siehst du diese Markierung da? Die... Wir sollten... Ah, jetzt ballern sie. Wir sollten vielleicht mal weitergehen. Ich hoffe, hier liegt noch irgendwo Verarztung. Bam. Ich nehm sie wieder mit. Also die Vindicator ist echt gut. Die haut... Achso, die können wir irgendwo hinstellen, falls dann einer... Selbstheilungspaket, da. Das... Achso, hab ich. Ja, hab ich. Dieses Geschütz könnten wir irgendwo mal hinstellen, wenn einer irgendwie so was machen muss. Ja, genau. Ihr fällt das Ding jetzt runter und macht uns da einen Weg. Bam. One-Hit-Kill. Können wir den Weg auch wieder versperren? Nee, wahrscheinlich nicht. Da. Bam. Ja, die Frage ist, kommt... Wow. Kommen jetzt noch andere Gegner irgendwann, oder... Ist das ganze Spiel halt nur diese... Ich muss nachladen. Die Windigkeit, das scheint auch so eine Schrotflinte zu sein. Guck mal, die macht hier so... So ein Streuschuss. Wow. Wow, Streuschuss. Die wilden Welle. Der starke Strahl passt besser. Oh ja. Selbstheilungspaket. Brauchst du das? Ja. Ja, dann nimm du das. Achtung. Da liegt aber noch mehr, ne? Was ist denn das andere? Ich muss mich mal im Selbstheilung. Das ist auch ein Selbstheilungspaket. Hey, das ist Munition. Schwere Rüstung nehmen. Nein, das ist meine. Halt. Ach so, Moment. Und das Selbstheilungspaket. Ja, ich hab eins. Ach so, ich kann nur immer eins mitnehmen scheinbar. Was ist das? Munition nehmen, das nimm ich mal. Ja, die hab ich schon zur Hälfte leer gemacht. Das andere ist nichts da? Scheinbar nö. Okay, gehen wir mal weiter. Da müssen wir auf den Knopf drücken. Ach ja, genau. Hier ist dieser Fahrstuhl. Und hier meinte ich, dass die Frames runtergehen. Also, ich weiß jetzt nicht. Bei mir gingen die nicht runter. Ich hab die Mission schon mal gemacht. Weil eigentlich hier ist ja jetzt nichts anders als... Der Aufzug fährt nur ziemlich langsam. Ja. Ne, jetzt sind sie... Jetzt gingen sie runter. Ah, ist jetzt bei mir aber auch so. Ja, das meine ich. Nämlich soll das halt so sein, dass man hier so quasi... Also, ich bin auch so in Zeitlupe. Ja, so ein Zeitlupeffekt hat. Weil hier jetzt ja auch die... Bäm. Weil hier die ganzen Aliens jetzt angreifen. Ja doch, ich denke mal, das passt auch zur Musik, oder? Ja, ich hab keine Ahnung. Ich mein, das war nämlich auch ohne Aufnahme so bei mir. Bäm. Wie die dann so langsam zerfetzen. Bäm. So richtig schön die grüne Grütze. Ja. Bäm. Der Streuschuss ist super. Ich hab aber... Moment, ich hab aber noch Granaten oder sowas. Und warum fliegt der hier oben rum? Bäm. Oh shit. Oh, guck mal, die kommen da, die Jekkerwuch. Ja, wollte ich grad sagen, da sind ganz viele an der Decke. Ja, die können wir ja abschließen. Jetzt ist nicht mehr Zeitlupe. Bäm. Oh shit, ich muss nachladen. Bäm. Ist mir die jetzt noch Zeitlupe? Nee. Stimmt. Bei mir auch nicht. Du schießt dich schon von der Decke ab. Mit dem Streuschuss kann ich auch mehrere auf einmal erwischen. Oh shit. Vorsicht. Oh, der war da. Verdammt. Ist nur doof, wenn man so einen Streuschuss hat, dann... Ah, warte, ich könnte eigentlich das Geschütz hier entstärken. Stimmt. So. Lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Ich hab keine Ahnung. Aua. Ah, stirb. Ich rette dich. Hä, warum hab ich jetzt nicht aufgestimmt? Ich hab keine Ahnung. Uah. Mann. Können die mal bitte alle sterben und aufhören, uns anzugreifen? Aua. Ah, hinter mir. Bäm. Au. Mit der Munitionsanzeige, das check ich auch noch nicht so ganz. Äh, jetzt... Achso, jetzt muss ich nachladen. Ah, du bist gleich tot. Ja, das... Ich bin... Jetzt tot. Ich wollte... Du solltest dich selbst heilen. Ja, ich hatte keinen mehr. Achso. Okay, jetzt muss ich die Mission hier retten. Mhm. Na toll. Ah, stirb. Ja, das doof, ich sehe die Karte nicht mehr. Ich weiß, hatte ich eben auch. Deshalb beiß ich dann nicht mehr ein Leid, dass es noch entfernt ist. Das war ein Triple Kill. Was... Gegen schwere Rüstung eintauschen? Nee. Ich muss mich aber nochmal heilen. Ja, heil dich und nimm dann in die schwere Rüstung. Ja, jetzt kann... Okay, jetzt kann ich die nehmen. Aber dann bist du, glaube ich, stärker, denke ich mal. Sentry Gun Aufbau. Nee, will ich nicht, oder? Nee. Bam, Triple Kill. Da ist ein Fass. Siehst du das auf der Karte, wie weit das noch ist bis zum Ziel? Ich habe hier jetzt einen gelb markierten Bereich. Ah, das ist gut. Achso, ist... Okay. Moment, waren wir jetzt nur auf diesem Fahrstuhl? Nee. Ich habe einen Achievement bekommen, der heißt Hut-Trick. Ich habe irgendwas mit Sharp-Shooter bekommen und das andere habe ich jetzt gerade nicht gelesen. Das andere ist auch Hut-Trick. Achso, hier steht das ja. Sharp-Schütz und Hut-Trick, ja. Bist du immer noch Level 2? Ja. Ich auch. Wird dir das nicht angezeigt? Bei mir steht hier... Also, ich habe dich auch aufgeführt, ja. Mhm. Ey, du hast mich abgeschossen. Jetzt bin ich wieder rot. Äh, Moment, ich muss mal gucken. Ich finde es witzig, dass hier die Achievements auf Deutsch stehen und oben rechts eingeblendet waren sie auf Englisch. Äh, wo sieht man das... Weil wir einfach nur im Aufzug sind. Wo sieht man, dass ich dich getötet habe? Getötet nicht, du hast mich angeschossen. Feind. Achso, Freund beschoss da. Oh, ja, Tatsache. Gesundheit, Munition. Komm, meine Munition geht einfach so konstant runter und dann auf einmal, zack. Bam. Okay, Mission abgeschlossen. Okay, Team, checkt eure Ausrüstung und trefft Vorbereitungen für einen kurzen Oberflächenlauf. Atmosphärische Lageberichte weisen auf Temperaturen unter Null hin. Okay. Es ist ja noch nicht so kalt. Es schneit, aber siehst du das? Ich zähle jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Also noch 6 Level in diesem Kapitel. Ja, keine Ahnung. Nächste Mission, Daima's Surface Bridge. Marine Squad will have to proceed across the surface to reach... Das ist jetzt wieder auf Englisch. Ja. Okay, wir sollen auf jeden Fall den Kolonie Hauptkomplex erreichen. Orbitale Scans zeigen eine beschädigte Brücke. Äh... Was ist denn Chasm? Soll ich gerade googeln? Crossing at Chasm. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich irgendwie die Schlucht oder sowas heißen. Halt, 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 halt. Warte. Google Übersetzer. Okay, ich mach schon. Abgrund. Abgrund, ja. Ja, gut. Wir könnten auch die ganze Zeit so cool reden, wie die das in den Alien-Filmen immer machen. So... Hey, los, Jungs, wir treten den Aliens gewaltig in den Arsch. Und dann musst du mit einem coolen Schlachtruf antworten, zum Beispiel... Äh... Genau sowas. Oder Booyah. Oder... Hicke-Bicke-Boo. Husha. Oder Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Groovy. Oh yeah. Na gut. Ladevorgang läuft. Ziele. Erlangen Sie Zugang zur Pipeline. Zerstören Sie die verseuchte Pipeline. Gelangen Sie zum Eingang des Koloniereaktors. Scans zeigen starke Schwarmaktivitäten in der Nähe der Pipeline. Machen Sie die betroffenen... Betroffene Pipeline aus, finde ich. Okay. Das Ziel ist ja nicht gerade weit entfernt, oder? Äh, wo sieht man... Ja, dieser roten Markett... Moment, achso, Missions... Wo starten wir denn? Ja, gute Frage. Wenn wir unten links starten, dann ist es nicht weit. Ich hab keine Ahnung. Wobei, das ist ja auch... Das ist ja auch erst der... Ne, wir starten unten links. Guck mal, du kannst die anderen Ziele noch anwählen, dann wird die angezeigt. Achso. Das nächste Ziel ist dann da und das letzte ist ganz oben rechts. Achso, okay. Achso, da stehen auch noch jeweils Details. Die Pipeline wird vom Schwarm genutzt, um zur Kolonie zu gelangen. Dies bietet eine perfekte Eindämmungsmöglichkeit. Nutzen Sie den vorhandenen Bausprengstoff, um die Pipeline zu zerstören. Ich nehme diesmal andere Waffen wieder. Darf ich nehmen auch mal diesen Vindicator als erste Waffe? Nachdem alle anderen Ziele erreicht wurden, versuchen sie zum Eingang des Koloniereaktors zu gelangen. Der Eingang befindet sich im Norden, auf der anderen Seite der Zugbrücke. Okay. Ich nehme mal hier Wildcat, Waffenspezialistin. Ich nehme mal Gefechtsfackeln als Bonus-Dings. Was auch immer das bringt. Aber die Waffe behalte ich mal. Was habe ich hier? Kann ich den Vindicate... Ne, kann ich nicht. Alles klar, ich bin bereit. Dann nehme ich wieder die Doppelpistole. Ich bin bereit, jederzeit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Du hast Gefechtsfackeln, dann nehme ich mal was anderes. Ich bin in Form, das ist enorm. Achso, hier. Schwere Rüstung, 20% weniger Schaden. Das Tragen zusätzlicher Grafen-Rüstungsplatten verbessert den Schutz gegenüber alle Arten von Angriffen. Och, nehme ich mal. So, kann... Achso, du bist schon bereit, dann geht's los. Ja. Gut, gut. Achso, die Mission benötigt mindestens ein Techniker. Willst du das machen? Jep. Nein, halt, warte. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ist in Ordnung. Oh Mann, der kann nicht die Vindicator nehmen. Ne, das können glaube ich nur die Offiziere, schätze ich mal. Was habe ich jetzt eigentlich? Ich bin bereit. Okay, Mission beginnen. Ich bin noch nicht isolator. Heute geht'sлек. Hier ist das mit dem Verein.